Hallo zusammen zu diesem Livestream und heute wird es nämlich darum gehen, wie man in Lightroom Classic mit Vorschaudaten mit Smart Previews arbeitet und wie man das Ganze beim Import so einstellt, dass das natürlich auch sinnvoll ist. Vom Grundprinzip, das ist wieder ein Plus-Livestream, das heißt der Livestream jetzt für alle, die dabei sein können, ist er live und kostenlos, danach kommt er quasi in die Plus-Mitgliedschaft rein, wenn ihr euch dazu erkundigen wollt, einfach oben auf Mitglied werden klicken oder ihr habt dann glaube ich unten was in den Kommentaren verlinkt, nur dass das da einfach einmal von Anfang an korrekt erwähnt ist. Ich schaue da mal über die Technik drüber, aber im Wesentlichen sollte jetzt eigentlich alles funktionieren, das heißt wir können jetzt loslegen. Und zwar, wo kann man quasi in Lightroom Vorgaben bzw. Größen für die Vorschaudaten, also Vorgaben für die Vorschaudaten einstellen? Welche verschiedene Optionen gibt es beim Import-Dialog? Wie kann man Vorschauen im Nachhinein erstellen? Ist es sinnvoll, dass man 1 zu 1 Vorschauen verwendet? Oder ist es vielleicht gescheiter, dass man im Entwicklungsmodul auf die GPU zugreift? Wie erstellt man Smart Previews? Wann sind Smart Previews sinnvoll? Und das ist so ungefähr der Komplex, in dem wir uns jetzt bewegen werden. Weil vom Grundprinzip ist es sehr, sehr oft so, also ich sehe das wirklich extrem häufig, dass da eigentlich Probleme gibt, nämlich im Verständnis, was jetzt einfach mit Smart Previews alles so möglich ist, beziehungsweise was mit Vorschaudaten im Generellen so möglich ist. Ich komme gerade darauf, dass ich da jetzt noch schnell technisch eine Kleinigkeit einstellen muss, aber das habe ich jetzt dann auch gleich einmal erledigt. So, das passt soweit. Gut, also das ist so der Themenkomplex. Wie gesagt, für die Plus-Mitglieder ist das Ganze kostenlos, dann auch im Nachhinein, wenn der Livestream vorbei ist. Für alle anderen, die jetzt dabei sind, ihr habt natürlich auch die Möglichkeit und die Gelegenheit, mir Fragen zu stellen. Ihr habt da den Chat natürlich im Auge und da können wir das Ganze dann natürlich auch so interaktiv gestalten, dass dann auch Fragen direkt aufgenommen werden. Also, dann würde ich jetzt einfach einmal sagen, das war so der grundsätzliche Plan. Wenn ihr sozusagen auch in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, einfach auch bei meinem YouTube-Kanal oben auf Abonnieren klicken. Dann kriegt ihr, wenn ihr die Glocke nur dazu gebt, eine Benachrichtigung, wenn ihr dann quasi online bin oder live gehe oder wenn jetzt irgendwas Neues dazu kommt. Und für alle, die das Ganze quasi unterstützen wollen und auch der Community beitreten wollen, da gibt es eben die Möglichkeit, dass man Mitglied wird. Das ist einfach einmal so ganz kurz dazu. Und jetzt zum heutigen Thema, nämlich zu Vorschaudaten in Lightroom Classic verstehen und nutzen. Das ist einfach einmal so ganz kurz dazu.